Hallo, mein Name ist Jörn Langenfeld, ich bin aus der Soundland Gitarrenabteilung und ich möchte euch heute eine Gibson Les Pauls Standard Figured Top vorstellen. Wunderschöne Gitarre in der limitierten Farbe Cobra Burst, wirklich richtig schön gemasterte Ahorn Decke, Mahagoni Corpus ist bei Les Pauls Standard, eigentlich klar. Mahagoni Hals, Palisander Griffbrett mit Trapezeinlagen, ja, ansonsten ein ganz bekanntes Design, hört es euch einfach mal an. Mahagoni Hals, Palisander Griffbrett 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 vorbei oder schaut euch die anderen Videos auf der Homepage an. Bis demnächst.